Schumann, Sebastian Schumann, der Feldwebel. Guck mich an, wenn du zu mir redest. Habt ihr verstanden? Jawoll, Herr Feldwebel! Du! Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Bist du sicher? Absolut sicher, Herr Feldwebel! Ich bin der Sebastian. Was willst du? Ich wollte nur fragen, ob sie etwas davon gehört haben, wann wir jetzt noch mal etwas zu essen bekommen, Herr Feldwebel. Ich glaube, wenn wir nichts zu essen bekommen... Was glaubst du? Ich weiß, dass der Herr Feldwebel uns hasst. Ich weiß, dass dem Herr Feldwebel egal ist, ob wir von einer Mine zerfetzt werden oder ob wir verhungern. Ja, hast du recht. Doch ich glaube, für sie macht es sich deutlich besser, wenn wir unten am Strand bei der Minenrömmung sterben, Herr Feldwebel. Was? Der Feldwebel, wir tören sie auf. Das ist, was weiß. Das ist, wie in der Maulung. Das ist, wie das andere coldweb ist. Das ist, wie in der Maulung zu helfen. Und jetzt kommt zurück! Erst kommt zurück, komm! Elis kommt zurück! Dann kam's bitte! So. Untertitelung des ZDF, 2020